Wer schon immer mal wissen wollte, wie eine Pause aussieht, der erlebt gerade vielleicht das im Moment beim DAX. Der Markt ist ein wenig in der Abwartensituation. Wir sehen das, dass wir in dieser Box, das ist immer noch das von gestern, ich habe es mal bewusst so gelassen, da hängen wir immer noch fest und noch ist dementsprechend nicht endgültig entschieden, ob es die Flucht nach vorne, also sprich aus der Box nach oben geben wird oder ob es das völlige Zurückziehen gibt und noch mal tiefere Kurse. Keine Sorge, nach wie vor nicht notwendigerweise in diese Box hier, aber zumindest mal in Richtung dieser grünen Linie, dass das noch mal passiert ist, ist noch nicht gänzlich entschieden. Beides ist noch offen. Gucken wir mal drauf, wie die Bewegung aussieht. Ich habe hier ja mal so ungefähr eingezeichnet, wie ich mir das vorstellen kann. Jetzt gucken wir mal, wie es tatsächlich ist. Das kann schon korrektiv sein, ist noch ein bisschen unentschieden. Unentschieden. Wieso ist das unentschieden? Sieht doch dreiwellig aus. Ja, aber dreiwellig wird es ja erst, wenn der Kurs nach oben durchgeht. Dann können wir sagen, es ist dreiwellig, denn die aktuelle Situation kann ja auch noch so aussehen und dann würde man sagen, ach ja, nee, doch fünfwellig. Also ihr seht, aktuell ist das noch nicht entschieden, zumindest mal beim DAX nicht. Wir gucken gleich auf den amerikanischen Markt. Wir müssen also davon ausgehen, ein bisschen länger abwarten ist wohl noch sinnvoll. Ich finde das sowieso gar nicht so schlecht, ein wenig noch zu warten, bis dann die nächste größere Korrektur kommt. Die sollte theoretisch dann ja natürlich wieder in unsere Lieblingszone 38, 20, 61, 8, irgendwie sowas in diese Richtung da fallen. Ich muss es nicht nochmal einzeichnen. Ihr kennt das ganze Spiel, ja. Das wäre durchaus typisch. Also erst nochmal hoch, dann nochmal runter. Fände ich sowieso klasse. Und dann, würde ich sagen, ist dann die Jahresendrallye vorläufig auf jeden Fall mal besiegelt. Im Moment sieht es ja ganz gut aus, solange der Kurs jetzt nicht weiter plumpst, sondern auch mal zwischenhochs hier wieder rausnimmt. Scheint die Welt ja noch ganz okay zu sein. Das wird der DAX möglicherweise nicht ganz alleine hinkriegen. Es wäre ja schön, wenn es bei den anderen ähnlich ist. Und beim Dow Jones ist es ähnlich. Ihr seht das hier. Wir haben hier eine Bewegung, die im Moment fallende Hochs hat, fallende Tiefs hat und eine Möglichkeit, hier eine Zwischenrallye nochmal zu initiieren. Wenn wir da nochmal drüber gehen, nochmal eine Fortsetzung nach oben. Fortsetzung nach oben ist das Stichwort, denn die Frage, die dann tatsächlich noch besteht ist, ist das dann vielleicht die vierte Welle? So ganz grob gesprochen, ist das vielleicht eine erste, eine zweite, eine lange dritte? Das wäre ja gar nicht so untypisch, dass das hier sowas ist. Die dritte, vielleicht hier dann die vierte dann zu Ende, also vielleicht jetzt schon, vielleicht kommt das noch ein bisschen. Und dann kommt noch die fünfte hinten dran. So ganz grob können wir sagen, das, was wir vorne haben, für die, das ist hinten nochmal. Also wir haben vielleicht sogar Chancen auf 36.500. Das wäre doch schon mal was. Das würde doch vielen erstmal ganz gut stehen. Und auch das wäre ja noch nicht das Ende der Fadenstange notwendigerweise, sondern halt vorläufig erstmal das vorläufige Ende dieser Bewegung, wenn dann eine Korrektur ist. Und da sind wir wieder genau bei dem, was ich beim DAX gezeichnet habe. Dann hätten wir die nächsten guten Chancen. Also im Kurzzeitigen würde ich tatsächlich abwarten wollen, dass wir solche Zwischenhochs hier durchstoßen. Ich kann es mal andeuten, hier im 15-Minuten-Chart bei mir, das ist hier mitten in der Nacht, 9. Dezember gewesen. Also heute Morgen, da hatten wir so ein Zwischenhoch, das ist eine Orientierungshilfe. Vielleicht noch schöner, wenn das nicht gerade so ein Nacht-Ding ist. Ganz toll ist es natürlich, wenn es irgendein Zwischenhoch ist aus dem amerikanischen Handel. Da sind die Armees dabei gewesen, das klingt immer gut. Mindestens die Europäer sollten mit dabei sein, denn wir dürfen eins nicht vergessen. Der Nachthandel, und davon rede ich jetzt von unserer europäischen Zeit, naja, es ist 24-Stunden-Markt schon. Aber die Asiaten sind nicht ganz so verschossen auf den amerikanischen Markt. Das heißt, die Bewegungen, die in unserer Nachtzeit passieren, haben nicht ganz die hohe Gewichtung, wie das, was während unserer Vormittagszeit beispielsweise passiert, wo wenigstens die Europäer schon mal richtig da sind. Denn Amerika ist natürlich per se schon mal stark. Die Europäer sind sehr stark Amerika ausgerichtet. Die Chinesen sind nicht so sehr darauf ausgerichtet. Die Japaner sind auch nicht so sehr darauf ausgerichtet. Und die Australier und Neuseeländer, ob die das alleine reißen? Und was ist mit den Indern? Natürlich gucken die alle auch auf den amerikanischen Markt, das ist keine Frage. Aber es ist sicherlich noch mal besser, wenn es während der Hauptkampfzeiten passiert. Nichtsdestotrotz, als eine frühe Möglichkeit hier einfach mitzumischen wäre, aus meiner Sicht hier den Zwischenhochpunkt hier mal abzuwarten, wenn der Kurs da drüber geht, dann zu sagen, ach komm, ein Versuch ist es sicherlich noch mal wert, in Richtung Trend. Und der Trend ist neben nach oben. Ich glaube, das ist nicht die schlechteste Idee. Allerdings CRV ist unsicher, weil wir kein richtiges Ziel haben und dementsprechend kein richtiges Niveau für das CRV zum Ausrechnen eben dann bekommen. Ich muss eigentlich über den S&P nicht großartig neu referieren, denn das ist das Gleiche in grün, nur dass er das Tief hier noch nicht gemacht hat. Das soll aber ja nicht stören. Vielleicht schafft er das noch im Laufe des Nachmittages, frühen Abends vielleicht auch. Wäre alles gar nicht so schlecht. Also das ist hier so die Pause. Mehr oder weniger anschließend weiter nach oben. Ihr seht ja auch, dass die Abwärtsseite, wenn man das hier im 15-Minuten-Chart sich mal anguckt, so richtig Bock haben sie auf abwärts nicht. Es geht ja abwärts, ja. Aber innerhalb der Abwärtsbewegung, Gegenbewegung, Gegenbewegung, das ist viel Überschneidung. Also die Tiefs und die Hochs überlappen, das ist kein klassisches Zeichen für die Haupttrendrichtung. Ihr seht hier in weiten Teilen, dass hier Rücksetzer überlappungsfrei waren in Trendrichtung. Das ist nicht immer so, das ist nicht immer perfekt so, aber je besser das so ist, desto größer ist das Indiz, das ist die Haupttrendrichtung. Je mehr es wackelig mit irgendwie vielen Überschneidungen eben immer wieder stattfindet, desto eher ist das eben vorsichtshalber mal so gesagt nicht die Haupttrendrichtung. So, also ihr seht, abwärts scheint noch nicht der große Burner zu sein und dementsprechend meine Erwartungshaltung, dass es eher nach oben geht, ob es vielleicht von jetzt schon oder vielleicht noch ein bisschen tiefer geht, das vermag ich im Zweifelsfall nicht zu sagen. Man kann sich allerdings orientieren an den Zwischenhochs und kann sagen, jedes Zwischenhoch bietet wieder einen möglichen Einstieg, um dann sich ein bisschen wieder auf der Longseite dann mit zu beteiligen. Das wird beim Nasdaq nicht groß anders sein und tatsächlich machen wir mal das alte Gekläh hier weg. Ihr seht, ich habe hier noch die Zeichnung auf diesen Rücksetzer, warten wir noch. Ist aber wahrscheinlich eine Stufe zu früh, denn auch hier sehe ich eher das Motto erste Welle hoch, dann hatten wir hier eine Korrektur, das ist dann nur die zweite, dann kam wieder was Neues, das muss dann die dritte sein. Wir sind hier voraussichtlich irgendwie in der vierten Welle und wenn wir schon bei vier sind und die lange mittlere, die suggeriert das, dann kommt da ganz gerne sowieso noch eine fünfte und dann, um das Bild wieder auf den DAX zu bringen, kommt das sehr realistisch vor, eine Korrektur und danach können wir sagen, hey klasse, die nächste Richtung. Also wer jetzt schon einsteigen will, muss mit diesem Rücksetzer rechnen, der darf dann nicht enttäuscht sein, wenn der Markt nochmal diesen Rücksetzer macht. Denkt dran, 50 bis 61,8, ihr kennt das, oder von mir aus auch 38,20, wenn es ein kleiner Rücksetzer ist, also irgendwie sowas in dieser Zone, damit müsst ihr rechnen, wenn es korrektiv ist, umso besser. Also gute Basisvoraussetzungen, nicht ganz perfekt aus der aktuellen Sicht, wo ich noch nicht so ganz sicher bin, vielleicht nochmal diesen kleinen Run hier hinten dran, der kann auch länger ausfallen, nicht, dass ihr sagt, du hast gesagt, der ist klein. Der ist halt typischerweise klein. In manchen Situationen gibt es sowas wie eine Extended Fifth, eine erweiterte fünfte Welle. Das gibt es, das gibt es auch immer wieder, aber es ist statistisch halt nicht so häufig, dass man sagt, das kann, ich bin ganz sicher, das passiert jetzt hier als nächstes. Statistik sagt, nee, ganz sicher ist das tatsächlich nicht, aber es ist natürlich möglich. Trotzdem, ob lang oder nicht, die nächste größere Rücksetzerbewegung ist eigentlich dann die perfekte Einladung, um zu sagen, und jetzt geht es dann weiter. So, bei uns geht es jetzt weiter, wir gucken auf den Chart. Ich hoffe, dass ihr jetzt guten Mutes seid, selber ein bisschen drauf zu gucken. Euch ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag. Vielen Dank.